Nach dem Tod des Mannes ist mir alles über den Kopf gewachsen. Die Rechnungen sind bleiben liegen. Da hat mir der Urban Wenck vor die Prosenektute geholfen. Dank ihm habe ich meine Finanzen wieder im Griff. Armut im Alter ist unsichtbar, aber für uns nicht. Helfen Sie uns beim Helfen. Prosenektute.